Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Raft. Und wir wissen noch nicht genau auf welchem Kanal diese Folge erscheinen wird. Also wenn sie aufnimmt. Auf welchem Kanal ist ja schon klar. Auf welchem Kanal ist klar. Nein, nein, ist schon nicht klar. Ich lasse es jetzt auf den anderen Kanal suchen. Ja. Hast du Blätter von dir zufälligerweise? Wieso? Von unseren Buchen. Ja, ich gehe. Ja, ich habe keine Speer. Ja. Also komm mal, wo bist du? Du, Ale, geh bei mir, legst du. Du musst leider den Rücken laden. Bei mir legst du. Jetzt komm nimm. Rechts ist ja eine richtig fette Insel. Jetzt nimm. Wo? Oh. Merci. Lass uns richtig fette Insel fahren. Und dann wieder das Taxi. Oh, nice. Willkommen zur dritten Staffel. Raft. Wieso dritten? Weil wir schon eine neue gestartet haben, wo wir verreckt sind. Wo wir an der ersten Inseln verreckt sind. Das war für mich eine neue Staffel ab dem. Ich werde noch falsch schlafen. Und dann tüsen wir an der Inseln vorbei, genau. Kann ich werfen? Ja. Ja. Bei mir legts halt zum Glück so rum ganz ganz dezent an. Ja, bei mir auch. Ähm. Ich versuche es mal zu stoppen. Nein, es wird hier nicht geschlafen. Wir haben hier Arbeit von uns. Schlafen kann stehen. Ahhhh. Kann ich. Wenn nacht ist. Und ich bin hier der, der entscheidet, wenn nacht ist. Ich werde nicht schlafen. Aber hast du zufällig ein wenig Glibber? Hm. Wieso? Weil ich ein wenig Glibber brauche. Zwei, genau. Genau. Für was? Für einen Bogen. Dann nicht. Siehst du die fette Insel hier vorne? Rate mal, was auf dieser fette Insel wird drauf sein. Was? Ja, drei Mal kannst du raten. Was haben wir auf jeder fette Insel, die ein Bogen braucht? Bogen. Ja, genau. Ja, nimm die Glibber. Das ist schnell gegangen. Okay. Jetzt brauche ich nur noch ein Bogen. Ja. Jetzt brauche ich noch drei Seilchen. Hast du da zufälligerweise auch ganz... Zufällig drei Seilchen? Äh. Nein. Wirst du das ja? Nein. Okay. Machen wir Metallpfeel oder Steinpfeel? Ähm. Mehr egal. Schwör. Drei Pfeife, wenn du Metall machst. Ja okay, das kann ich dir nicht garantieren. Darum nehme ich Stein. Hehehe. Ah, jetzt weiss ich mal. Lass mal, unser ganzes Kunststoff ist hergegangen. Wo? Schau mal, wieviel ein Steilpfeel kostet. Oh Gott. Mach ich das schauen. Ach, ein bisschen Kunststoff ist halt schon draufgegangen. Juhu, Junge. Sechs, Alter. Okay. Hast du mir ganz wenig Blätter? Äh. Hey. Ja, der ist nicht wichtig. Hörst du mir ein bisschen Blätter? Nein. Schade. Ich habe ja dein Bett. Ja, wirklich ein Bett. Wir haben schon ein Bett. Ja, komm. Drück mal E. Junge, ich bin schneller aufgestanden als ich schlafen konnte. Ich bin schon wieder gestanden als du abgelegen bist. Mensch. Ja, ich bin schon wieder weg. Lächeln. Da haben wir uns einfach gar nicht fortweg bewegt. Also das ist mir wahrscheinlich egal. Erbe, schau. Du musst doch nicht schlafen. Wir haben nicht gemeint, dass wir weg gerissen. Ich habe falsch gemeint. Wollen wir jetzt hier einfahren oder wollen wir den Anker lieber hier legen? Den Anker hier liegen. Wir haben so viele Kartoffeln. Unsere Pflanzstation. Super. Also ich gehe mal jagen. Gehe jagen? Ja. Gehe jagen. Jetzt habe ich EZ Bäume gefällt, dass ich genug Palmblätter habe. Dann crafte ich mir ein Bogen. Dann drücke ich ihn weg. Ich sehe ihn gar nicht. Wir waren schon mal hier. Was ist das? Vielleicht. Das wäre es jetzt. Nein. Das ist sowieso. Ich habe gedacht für die auch mit dem Bogen gekriegt. Vielleicht kostet er noch mal Kunststoff. Das reicht ja eigentlich nicht. Wow. Oh. Junge. Du mit Risch. Ich sehe du hast Spass. Richtig. Junge. Kann ich da nicht mit dem Angeln killen? Schade. Jetzt geht es noch auf mich. Hinter dir steht der blöde Vogel. Nein. Nicht der auch noch. Oh doch. Doch. Du musst erst sowieso versuchen killen. Dass wir einen von denen anfangen los. Ich muss gleich zu booten. Sorry. Eigentlich gibt es noch keine Entschuldigung, muss ich sagen. Doch schmutzig. Die wird plötzlich besser. Der Alte. Das ist ein hartes Gletsch hier. Sie kann nichts machen. Was? Der Vogel tut wild zu. Wild zu. Wenn ich das fliegendes Viech hartstuck bekomme, dann bin ich dann krass. Vielleicht hat er mich einmal da oben. Ich bin genau dort, wo wir vorhin mit der Soh gefightet haben. Neben der Soh tot am Boden. So ist auch tot. Ich kommst. Weißt du, wo ich bin? Nein. Weißt du wirklich nicht? Nein, ich bin am Alkohol. Ich lasse dich einmal allein. Nein. Junge, ich habe sie endlich da. Und dann kommt so ein Vogel, wirft mir einen Stein auf den Grain. Ich wollte ausweichen. Also, wo bist du? Der, wo wir vorhin in der Wildschule gefightet haben. Bei mir in der Hölle eingegangen sind. Wahrscheinlich gerade in der Melche. Ist das bei der Kiste? Nein. Es ist so ein Felsen. Nebeneber eine Felswand. Die gegen unten geht. Also so an einer Klippe. Nein, nicht an einer Klippe. Ähm. Es ist so ein Stein. Er fette. Und gut auf der anderen Seite ist der Berg. Also so dazwischen liege ich. Neben der Soh. Ich suche. Aber in den Fingern kann ich nicht verstanden. Warte. Warte. Laute. Ja, die kannst du gleich lauten. Die Drecksaule. Aber verrückt auch noch einen Stein bitte. Aber ich habe keinen Inventar. Ich habe keinen Inventar Platz. Ja, nur. Ja, dann sammle mich auf. Dann kann ich sie dann auch lauten. Die Drecksaule. Ich habe die so souverän Hops genommen. Neh, Spass. Natürlich. Ich will hier nur gute Sachen weitervermitteln. Ja. Family Friendly Content. Family Friendly Content. Monte ist Schweizerdeutsch. Kannst mich nicht neben dem Bett sondern in das Bett liegen. Merci. Du musst auf Spilligen. Hey. Du hörst mich schon. Ehrenlos. Nein, ehrenvoll habe ich gedacht. Also hast du den Ding schon fertig lauten oder soll ich noch fertig lauten? Ja. Jetzt habe ich schon den Pogger gespawnt. Ähm. Ja. Wenn ich jetzt den Pfeel in eine Wand setze, dann kann ich den dann auch auflesen. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das Viech nicht mehr. Ich glaube du hast die Spawn. Weil du jetzt ein wenig angelautet hast. Ich habe meine Fogger. Also 2. Steht nicht. Dann gehen nur noch so Kisten rum. Ja aber Kisten nicht sehe ich. Oder? Nein. Ah doch. Ah. Ich habe gemeint du hast so halb tot. Also tot zwar. Aber weisst du die Leiche noch ein wenig liegen. Weil du nicht mehr einsammeln kannst. Ich will meine Fogger wieder treffen. Ich will meine Fogger wieder treffen. Ich habe mich Pogger gespawnt. Ich komme hier nicht durch. Als ob ich hier nicht durchkomme. Als ob ich auf den Scheissberg durchkomme. Man kann sich in jeden Berge packen. Ausser dieser. Weisst du dem Fogger sagen, dass 1 gegen 1 mit dir machen soll. Und nicht mit mir. Wieso kommt er die ganze Steine auf den Ring? Ja. Wo bist du denn du? Ich komme hier oben. Oh hier oben. Ja ich bin aber auch hier oben. Ja ich bin aber auch hier oben. Vielleicht hätte er sich vertuschen. Das sieht ziemlich kaltlich aus. Ok ich bin jetzt auch hier. Ich habe verfallt. Du hast ja keinen Schweinekopf mehr an. Dann musst du dir eine neue kaufen. Äh. Hier ist dann noch die Bolzen. Das ist sehr interessant. Also kannst du sie nicht mitnehmen? Oder was? Ja. Ich weiß nicht, ob ich mein 1 gegen 1 gegen Fogger kenne. Er hat ihm gut richtig gedrückt. Nein. Naja. Wir müssen sie nicht hören. Vögel. Vögel. Flieg erst einmal raus. Oh neeeein. Zu dir. Doch. Junge. Halt mal die Vogel im Griff. Ich habe ihn gerade getroffen. Er hat Federn gelassen, mein Vogel. Longshot. Er kommt schon wieder auf dich? Wieso kommt er nur auf dich? Ja, ehrenlos. Er hat von mir Angst. Kommt schon wieder auf dich? Sag ich. Ja, er hat auf dich gelassen. Ist er jetzt so gezogen? Junge, wieso geht er nur dort unten? Ja, nein. Komm doch hier hoch. Komm doch auf dich. Achtung stehen. Okay, fliegt. Merci. Ich habe ihn noch wieder einmal getroffen. Bitte. Junge, Vögel. Trittst du auf mich oder auf dich? Also ich sehe ihn nicht mehr. Also auf mich ist er gekommen. Normalerweise hast du Steine losgelassen, wenn ich ihn getroffen habe. Mittlerweile juckt dich das auch nicht mehr, gell? Ja, ich sag's gewöhnt von dir. Das Kassieren vom Big Boba. Big Boba Gamer. Er kommt wieder auf mich. Okay. So ist er hier. Target spot. Boga. Gespannt. Hit. Target. 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 So target spotted. Target confirmed. Target. Hit. Target. Target spotted. Target spotted. Target spotted again. Target confirmed. Target hit. Target dead. Hähähähähähäh Target down Target down We repeat Target down Target in the water Abschluss bestätigt Abschluss bestätigt Target Target sinking in the water Target is bugging Target from the I need to Get the target Hähähähäh I have it I have it all Im THAT KING Im the new One on this island Wir müssen Trophäen-Dings machen, so schnell wie es geht. Äh, wieso? Weil ich die letzte Adler-Trophäe verloren habe. Und das passiert mir nicht noch einmal. Wie macht man Neko schon wieder? Mit Steinen? Äh, ja. Nein, aus Metall wahrscheinlich. Oh, Schrott! Hast du zufällig noch etwas Schrott? Ja. Das ist schön. Kannst du mir zwei geben? Ja, wir kennen uns mehr in der Kiste. Ich habe gemeint, nein, keine Ahnung. Ich habe gemeint, du hast ihn. Ich ist noch in dieser Kiste. Ich bin zusammen mit der Kiste. Ich bin mit der Kiste. Ich bin mit der Kiste. Wir gehen daheim dort und tauchen, weil dort nicht mehr viel leben. Okay. Wow. Warte, jetzt brauchen wir noch eine Lanterne. Ich brauche noch mal 4 Schläte, also noch ein Megaschlotter machen. Es geht ja auch so ein Schlott aus, wenn ich es nicht mehr gehört habe. Okay. Hast du schon den Text in geilen Vogeln umbenennt? Ja. Okay, wo ist der Hei? Bei mir. Kann ich da auch mit dem Bogen killen? Oha, nein. Ich habe ihn getroffen, doch, es geht! Nein! Der ist einfach verdammt stark sogar. Darf ich mir eine Metallspeare machen? Weisst du? Ich sehe den blöde Heini. Nein! Da haben wir noch eine Seile. Hast du schon zufällig? Ja, das ist ja. Es ist ein Palmblatt. Warte, ich muss den Hei besuchen. Dann kann ich dir helfen. Wenn ich ein Palmblatt habe, kann ich dir helfen. Dann kann ich dir helfen. Ja, ja, Käse. Oh, fuck. Wieso? Nicht eins, auch kein Seile. Das musst du laufen. Ja, wir brauchen ein Palmblatt. Das ist ein Chief mit der Reiche. Hier! Hier ist ein Palmblatt. Ehre, danke. Das ist ein Chief mit der Reiche. Der Hei steht. Gott. Ja, safe. Was willst du mir jetzt mit dieser Information sagen? Wir sollten vielleicht tauchen. Ok. Mehr wollte ich gar nicht wissen, weisst du? Du musst noch einmal hören. Das gehört gar nicht, ne? Warte, ich muss zuerst noch mal die Rasse machen für mich. Wenn du so Schrottprobleme hast, unter Wasser hat es zu viel Schrott. Ja, ja, ich weiss schon, ich bin vorhin zu viel unter Wasser zu gehen. Best made ever, oder? Kannst du mir dann einen Gefallen tun? Welcher? So den Kopf wieder anlegen, weil du siehst echt hässlich aus. Äh, äh, äh. Also nicht gegen D, natürlich. Und die Sussi, aber es ist schon ziemlich scheiße. Aber nicht gegen D, weisst du? Auch Front. No, no Front. Weisst du, alle, so im Stil, no Front. Aber mein Gesicht ist auch Trice. Der ist ja Poffer. Oh mein Gott, ich fahre den Pofferfisch. Ich kille den Pofferfisch mit meinem Bock. Ich habe ihn gekillt. Ich habe einen Krugerfisch. Ich habe einen Krugerfisch. Ich habe einen Krugerfisch gekriegt. Ich habe einen Krugerfisch. Oh mein Gott. Allein hat er auf dem Gering. Nice. Ich will den dann sehen. Du musst den dann unbedingt anlegen. Der kommt schon gar nicht drum herum. Okay, behalte ihn nicht. Ja, den sehe ich nicht die ganze Zeit. Das lernt man ehrlich gesagt. Den sehe ich schon nicht einmal. Wie der andere. Oh, nice. Ich habe einen Apfelleimer. Oh nein, wir. Alter, no Joke. Ich habe das gebraucht. Der kommst du rein. Der kannst du schlafen. Es war so klar, dass es kommt. Oh nein, ich bin krank. Ich darf solche Jokes machen. Ja. Ich habe ja bald wegen Corona stirbt. Dann habe ich das zu. Ich habe das gebraucht. Oh Mann. Es ist nicht bald. Nein. Was? Ich habe sogar einen Chief bekommen für einen Krugerfisch zu killen. Ja, ich gehe. Lustigerweise. Frech. Wir sind ein Chief. Kugelfisch. Killen? Kannst du einfach meinen Speer drauf holen. Das geht im Fall. Nein. Es geht schlecht. Jetzt noch drauf zu holen. Wieso? Ist er schon explodiert? Ja. Ja, ja. Alles im Griff. Oh Mann, wir machen das auf jeden Fall. Wir auch. Ich kann mir sogar sagen, dass wir nicht nur für das Gamen gamen. Ja, wir sind hart am Arbeiten. Ja. Wir sind produktiv und erwachsen. Ja, fuck. Damit. Ja, genau das habe ich auch gesagt. Ganz sicher. Ich will nicht besser aussehen. Ich muss nicht unbedingt auf den Stuhl sitzen. Du siehst ja den F5 Mod aus. Du siehst echt so behindert aus. Nichts. Ichbekomme ich das mit dem Rhein der Reinzel weg. Du hast doch viel Staff gefunden. Ich glaube ich würde es nicht mehr machen. Bei mir ist das so gar gut. Bei mir ist das kein Eis und so. Ich habe drei Eisen gefunden. Drei Metall. Aber es ist einfach gar nichts, Alter. Wird gar nichts. Doch, ich habe Explosivschleim. Ui, kannst du erforschen? Kann in einer Schmelze getrocknet werden? Nein, machen wir nicht. Warte, warte. Wenn ein Explosivschleim in der Schmelze getrocknet wird, haben wir denn nur noch Explosiv oder nur noch Schleim? Nur noch Explosiv. Ich hoffe es. Ich bin einfach Explosiv. Juhu, hier ist noch so viel im Meta-Wall-Wart. Das muss ich noch mitnehmen. Du bist schon rechts an der Insel durch, oder? Kann sein, ja. Der He ist im Fall Back, by the way. Oh. Jetzt stecke ich nicht mehr mit dem Explosivschleim im Mund. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Moment. Fuck, man sieht sich ja nicht von vorne im F5-Modus. Kann man irgendwo, oder sieht man sich irgendwo? Okay, komm Alain. Komm zu mir. Wo bist du? Ja. Ja, klar. Warte, leg dich mal an, dass ich ihn noch vorher gesehen habe. Sie sehen ihn? Ja. Ja. Ja, genau. Oh, nein. Oh, Mann. Und was ist, wenn wir nach... Kannst du noch Hurti für zwei Sekunden da dran holen? Ich wollte ja auch Hurti sehen. Was? Hier dran holen. Wie mir aussieht. Äh. 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 Du musst mit E. Du hast einen E in der Hand. Ei, ich habe einen E in der Hand. Geht's nicht? Probier du mal. Geht's nicht. Okay, leg ihn wieder an. Ich bin gefeiert. Gut, ausser die... Ausser die... Ausser die... Wir lassen die Aufnahme machen. Dann muss ich ihn anlegen. Natürlich. Ich hätte ja nicht einmal, ob mein Punkt funktioniert. Ja, okay. Argument. Ich bin ein Ding, das muss ich jetzt eben erforschen haben. Äh. Wo ist der Forschungsteiger? Da kann ich nie erforschen. Kann ich in einer Schmelze getrocknet werden? Was? Für zur Hölle. Die haben Schmelze offen. Wahrscheinlich. Ja, jetzt schuldät aber. Wir haben halt auch Schmelze gefüllt. Also, wenn wir losziehen wieder. Ja. Ich kann sowieso nicht mehr zu lange. Also. 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 Fahren wir noch einmal weiter. Versuchen wir noch auf neue Abenteuer zu gehen. Oh mein Gott, alle. Hä? Wir haben ein Rezept nach Hause. Ui. Neck für die Fresse, Alter. Schau mal. Wäre mal. Wo kann man ein Ding machen? Dass wir Suppen machen können. So eine Topf. Äh. Wir brauchen zwei Metallbären, vier Glibber. Bolzen, sechs Kunststoff, sechs Holz. Das machen wir jetzt. Okay. Drei zum Abschluss. Können wir doch ein bisschen geben. Hier. In dieser Kiste. Drei. Ja, das reicht. Warte, hier ist ein Rezept. Zwei Metallbären. Ja, das Rezept brauchen wir noch nicht. Das Rezept brauchen wir erst, wenn wir den Ding gecraftet haben. Sechs Kunststoff und sechs Holz. Hast du Kunststoff? Äh. Ja. Hier. Ups. Du musst dir bedenken, du kriegst den Kunststoff für einen guten Zweck. Für irgendetwas, wo wir auch eine Idee für den Bauch brauchen. Wo will der Topf? Der kommt hier zum anderen. Oh mein Gott, der ist ja viel zu fett, Alter. Viel viel Problem. Misch gefällt. Ähm. Ja. Bei dem Anker hier. Neben dieser Kiste. Ja. Nein, der sieht so hässlich aus. Ähm. Können wir irgendetwas bauen? Ja. Weil ich so sehr auf Staticate gebaut bin. Können wir irgendetwas bauen, dass es nicht so... Ja, aber der sieht halt wirklich dermassen hässlich aus und fickt den ganzen Platz. Können wir irgendwo etwas daran bauen, dass wir ein wenig mehr Platz haben? Das kannst du dir sicher nicht glauben. Warte. Da. Da. Dann stelle ich ihn hierher. So richtig stumm. Hier. Gehen durch ihn. Können wir hier das Rezept dran kleben? Oh. 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 Wir haben doch safe noch ein paar Rezepte, oder nicht? Da. Können wir... Hast du ein Bild? Oder etwas von diesem blauen? Äh. Bild haben wir irgendwo in der Kiste. Das Blaue haben wir. Ich glaube es aber auch irgendwo. Das habe ich doch schon gesehen. Da haben wir die Bild. Okay. Da haben wir schon mal das Rezept. Haben wir Mango, Ananas, Melonen und so Beere? Beere habe ich gerade gesehen. Ja. Hoffentlich. Ja. Beere. Ich habe die Dinger dabei auch verbraten. Das habe ich mitbekommen, glaube ich. Das ist nicht Idioten sicher wie alles andere. Mango haben wir keine. Wie kann ich das sein? Ich habe einen Mango. Okay. Drop mal Mango. Ja wahr. Hier. Ja. Mit Melonen und Ananas? Ja. Mango. Hier. Aha. Was ist jetzt nochmal hier drauf? Ja keine Ahnung. Du hast zweimal hier gesehen. Nein. Nein. Wir haben alle die Mango verloren. Wir haben alle die Mango verloren. Wir haben die Mango verloren. Warte. Komm. Hast du noch eine? Komm. Ja. 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 Okay. Also. Ein Mango. Ein Beere. Ein Ananas. Kann ich die Explosiven auch platzieren? Schade. Melonen. Guitze. Passiert irgendwas? Es passiert nichts alle. Wir sind die richtigen Reihenfolge. Also. Es passiert nichts alle. Wir sind die richtigen Reihenfolge. Die. Ich muss noch die Planker dann platzieren. Ich brauche noch ein Dinges. Ein Behälter. Kann ich den hier craften? Hast du noch 2 Tone? Haben wir 2 Tone? Wir wollen doch sehr viel 2 Tone oder? Wahrscheinlich ja. 2 Tone. Das brauche ich auch endlich. Okay. Äh. Hey. Hier. Wo? Vorne. Nein. Also nicht dort. Hier stehen beide Inseln. Ah ja. So. Wir nehmen zu zweimal für das Dinges. Die Suppe. Die Wehe füllt mir nicht alles. Einfach alle Werten. Oh lol. Ich habe sogar 4 von diesen Dinges. Von diesen Schellen. Willst du schon 1? Oder 2? Ja. Nein, danke. Warum darf nur Egon das Zeug momentan halten? Wir haben nur eine Kiste. Okay. Wir kochen das. Und dann gehe ich nicht. Also. Also. Und dann frisse ich nicht. Ach. Einabot. Kannst du schlafen? Ja. Das ist dann vielleicht mein Essen. Dann kann ich gehen. Nein, natürlich nicht. Wir haben schon 31 Tage überlebt. Das kann ich von der Lehre jetzt mal sagen. Jungen. Für die Planker braucht er einen Scheissdreck. Ich brotze ihn auch wieder ab. bald umfohlen. Junge, wie lange kocht das? Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht wollte. Oh, ich kann es nehmen. Ich bin völlig verwirrt. Ich fresse... Ja normal, ich fresse die Schelle mit. Wer kennt es nicht? Alle. Alle. Man isst die Schelle einfach mit. Ja, du machst es nicht. Okay. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das wars mit der Folge. Okay. Raft. Ja. Lass gerne einen Like und einen Abbot da. Tschö. Ja. Ja. Ja.